herzlich willkommen bei entgegner in nature ja mal wieder ein komplett anderes format alles ist anders alles ist neu ich habe eine kleine dj spark eine kleine drohne zugelegt und in diesem format präsentiere ich euch die aufnahmen von meinen kleinen wanderungen und ausflügen und ja wenn ich eben eine schöne landschaft entdeckt dann möchte ich euch die nicht vorenthalten am anfang noch ein bisschen holprig und hier seht ihr mich und ja ich denke ihr könnt dann auch den fortschritt beobachten wie sich das ganze verbessert wie ich immer besser und versierter werde lange rede kurzer sind viel spaß abonniere ich Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, da sind wir am Ende des Videos und ich am Ende meines kleinen Ausfluges an diesem Tag angekommen. Tausend Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Schaut auch meine anderen Videos an und haltet die Augen offen für die nächste Folge. Endgegner in Nature, die kommt nämlich bald.